Heute ist Freitag, der 13. Glaubst du an so einen Quatsch? Nee, ich glaube nicht an sowas. Ich auch nicht. Wer weiß, vielleicht da doch was dran. Ach Leute, was soll denn heute schon Schlimmes passieren? In den Teller ist alle. Oh Mann, ihr glaubt aber auch alles. H always pick the one. Mit der Frage um eine Fähigkeit.